We droppin' Bass like a motherfuckin' Atom Bomb Was ihr über mich wissen wollt Und gerne könnt ihr alles fragen Alles was euch einfach interessiert Weil viele Leute sind ja jetzt auch neu auf meinem Kanal Und kennen mich so eigentlich gar nicht Und deswegen hab ich mir gedacht gehabt Ich mach auf jeden Fall so ein Fragen-Antworten-Video Damit viele Leute einfach Bescheid wissen Wer ich bin, was ich mach Und was da einfach abgeht Und ja Leute Deswegen schämt euch auf jeden Fall nicht Ballert auf jeden Fall eine Frage unten rein Und dann würde ich schon mal sagen Haut rein Geht mit dem Flow Euer Frips Ciao